Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer aktuellen News. Besser gesagt, ich beantworte in diesem Video mal die häufigsten Fragen, die ich von euch gestellt bekomme. Und damit herzlich willkommen zu einer aktuellen News. Naja, eine News ist es nicht unbedingt. Es dreht sich insbesondere um die Fragen, die ich von euch oft gestellt bekomme. Es gibt ja auch eine eigene Playlist mit News. Da habe ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder sehr viele Fragen beantwortet. Aber es finden auch immer wieder neue Zuschauer auf diesem Kanal. Und da will man ja auch wieder einen Blick bekommen zu bekannten Fragen, vielleicht nicht so bekannten Fragen. Und die entsprechenden Antworten möchte ich jetzt euch im Verlauf dieses Videos liefern. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, irgendwelche Besonderheiten, Fragen, Lobkritik, in welcher Form auch immer, könnt ihr es unten in die Kommentare packen. Das sehe ich dann. Kann ich darauf antworten. Und die anderen sehen es auch. Und damit steige ich gleich ein in die einzelnen Fragen, weil ich habe es zusammengetragen, gerade aufgrund diverser Messen. Es sind oftmals die gleichen Fragen. Und eine Frage, die wiederholt sich durchaus öfters. Das ist nämlich die Frage, ob ich das Ganze hier beruflich mache. Und die Antwort lautet, und viele wissen es, die lautet Nein, auch wenn es nicht danach aussieht. Es war alles angemeldet, Gewerbe und Sonstiges. Aber es ist eher verrückt, was ich jetzt hier mache. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bzw. wir sind teilweise auch auf Messen unterwegs. Und da berichte ich gerne nicht nur aufgrund der Vielzahl an Messen, sondern ich berichte insbesondere über die Welt der Spiele. Und genau deswegen so auch der Titel des Kanals. Aber ich bin quasi in der Finanzbranche tätig. Wieder ein ganz anderer Schlag. Ich befasse mich viel mit Gesetzestexten, Gesetzesgrundlagen. Schon ein bisschen verrückt und viele schmunzeln vielleicht. Und verstehen jetzt, warum ich dann abends in eine ganz andere Welt dann eintauche. Das als Rundumschlag, was diese Frage dann angeht. Eine zweite Frage, und die bekomme ich genauso häufig gestellt, gerade wenn ich unterwegs bin, je nachdem allein unterwegs bin, manchmal mit den Kids bzw. meiner Frau. Wie geht es denn meiner Frau bzw. wie geht es der Silke? Die Frage bekomme ich oft gestellt. Und der eine oder andere hat es ja auch damals ein bisschen verfolgt. Als sie, ja wie soll ich sagen, als der Befund da war, dass meine Frau Krebs hat, kann man sich ja vorstellen. Weil da macht man erstmal gar nichts. Da hat man auch für Spiele keinen Sinn. Und da habe ich damals auch eine Pause eingelegt. Wie lange die Pause geht, wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Aber man sollte gewisse Dinge nicht unbedingt von heute auf morgen ändern. Das mache ich gerne. Und wenn ich was in die Hand nehme, dann mache ich es gerne richtig und korrekt und zu 100%. Aber ich habe dann doch gemerkt, ein gewisses Tätigkeitsfeld, ein gewisses Hobby, verrücktes Hobby in Anführungszeichen, das benötige ich. Und das ist nach wie vor das Spiel. Wie lange das weitergeht, muss man schauen. Meine Frau ist nach wie vor in Therapie. Ich fahre sie regelmäßig ins Krankenhaus, wo sie unterschiedliche Therapien bekommt. Das ist nach wie vor der Fall. Sie ist ab und an noch auf Messen mit mir bzw. mit uns unterwegs. Aber es ist auch ein gewisser Stressfaktor, ganz klar. Je nach Messe, je nach Größe. Also ein Essen keinesfalls mehr. Das ist viel zu groß. Aber deswegen ab und an ist sie noch dabei. Das habt ihr auch mitbekommen. Viele kennen sie ja auch schon aus der Vergangenheit. Aber wie sage ich es immer, ist ein langer, steiniger Weg. Ist nach wie vor ein steiniger Weg. Aber Spiele lenkt von gewissen Dingen auch ab. Man taucht in eine andere Welt ein. Das mache ich gerne. Und deswegen macht es mir auch unheimlich viel Spaß, euch mitzunehmen in diese Welt der Spiele. Weil es gibt unheimlich viel zu entdecken. Und man merkt dann auch die Vielzahl an Videos, Vielzahl an Spielen. Die Schmecker, was Spiele angeht, was die Mechanismen angeht, die sind unterschiedlich. Und das ist doch was ganz Tolles. Und insbesondere, weil wir ja ein Luxus-Thema hier haben. Wir haben mittlerweile so viele Spiele, gefühlt 1.500 bis 2.000 Neuheiten im Jahr. Ich komme kaum hinterher, möchte euch aber noch so viel zeigen. Und manchmal werden es auch sehr viele Videos. Und ihr pickt euch das raus. Aber zu dem Punkt zu kommen, das lenkt gewissermaßen ab. Die Silke spielt jetzt nicht mehr so oft viel. Es ist auch ein Thema, was die Konzentration angeht. Aber sie erholt sich. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Ein dritter Punkt, der auch oftmals Erwähnung findet. Auch zuletzt wieder bei der Messe oft gestellt bekommen. Die Kids sind ja auch oftmals unterwegs bei Messen. Oftmals bei kleineren Messen. Ich nehme jetzt nicht zu großen Events mit. Jetzt wie beispielsweise die Spiele in Essen. Aber bei kleineren Messen, wie zuletzt auch die Spieldoch in Friedrichshafen. Oder Spieldoch in Dortmund. Da waren wir auch zu viert vor Ort. Da nehme ich sie auch gerne mit. Sie haben auch nach wie vor sehr viel Spaß. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo man, oder schon länger bei dem Punkt, wo man sagen muss, ja, die Kids, die haben mittlerweile auch sehr viele andere Hobbys. Sei es jetzt Fußball, sei es jetzt Bogenschießen. Und sei es jetzt die Möglichkeit, sich mit vielen, vielen Freunden zu treffen. Da spielen wir auch oftmals in geselliger Runde. Das ist auch wirklich schön zu sehen. Gerade, und da bin ich beim ersten Punkt, wenn man dann sieht, die Kids sind 10 und 12. Und die sind ja schon fast keine Experten. Und wenn dann Freunde kommen, mit denen wir gemeinsam spielen, dann merkt man, okay, die haben nicht das Niveau, weil wir sind hier eine Vielspielerfamilie. Und das habe ich in der Vergangenheit oftmals auch gemerkt bei Videos. Wenn ich da ein Video mache und praktisch das Kind erklärt oder meine Tochter, mein Sohn erklärt, sagt was dazu und er ist 8, dann erwarten andere, ja, das kann mein 8, das muss mein 8-Jähriger oder meine 8-Jährige ja auch können. Wenn das der Sohn oder die Tochter dann auch kann. Nein, und das kann auch ein bisschen das Bild verfälschen. Gleichzeitig muss man, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das wurde in der Vergangenheit, wird oftmals gerne auch kritisiert, ist, was das Kind, beziehungsweise ja die Person im Bild zu sehen ist. Da gibt es strenge Vorgaben. An diese strenge Vorgaben halte ich mich weiterhin. Da gibt es immer wieder regelmäßige Überprüfungen, auch bei meinem Kanal. Das ist auch wichtig so. Und da muss ich beispielsweise auch die Kommentarfunktion abschalten. Das mache ich auch, sobald ein Kind oder mein Kind zu sehen ist, minderjährig, dann geht es darum, quasi die Kommentarfunktion zu sperren. Und da halte ich mich auch sehr streng an die Vorgaben, was den Bereich dann angeht. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, eine wichtige Erklärung. Aber ich muss wirklich sagen, gerade aufgrund der Vielzahl an Hobbys, Freunden, es reicht, glaube ich, wenn ich das euch präsentiere. Ob das irgendwann in vielen, vielen Jahren nochmal ein bisschen anders wird, schauen wir einfach mal. Ich kann ja auch jederzeit aufhören mit dem Kanal, habe jetzt keine Verpflichtung, aber solange der Spaß vorhanden ist, mache ich das weiterhin. Und die Kinder, die entfalten sich. Und ich bin da auch noch regelmäßig oder viel unterwegs, muss man auch schon sagen, was die Vielzahl an Hobbys dann angeht. Das quasi zu dem Punkt, was die Kids angeht. Ein weiterer Punkt, den ich oft gestellt bekomme, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil viele wünschen sich immer solche Toplisten, Toplisten, allem mögliche. Ja, das ist super. Das sorgt Klicks und Sonstiges. Da sorgt man für Aufmerksamkeit. Ich habe zuletzt auch im Interview mit dem Harald Schrapers, mit dem Juryvorsitzenden. Der schaut auch gerne solche Videos, solche Orakelvideos. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan. Vielleicht mache ich mal wieder in Zukunft das ein oder andere Ergänzungsvideo, weil viele wünschen sich das auch. Ihr dürft auch gerne mal kommentieren, was eure Meinung dazu ist. Welche Art weiß es. Es gibt so viele Ideen. Aber ich stelle euch auch gerne immer sehr viele Einzelvideos vor. Man schaut sich nicht alles an. Viele schauen sich nur an das Fazit an. Aber der bekommt ja eine super Erklärung und zumindest einen Überblick, teilweise auch, was das Spiel angeht. Aber mal schauen. Ich habe es definitiv mit aufgenommen. Immer mal wieder folgt da was. Zwei-Personen-Spiele, mal wieder gesellige Spiele, sowas zu machen. Gab es in der Vergangenheit schon sehr viele Videos. Aber wie gesagt, das zu dem Punkt. Das eine oder andere wird sicherlich auch noch folgen. Die nächste Frage. Mensch, wie kriegst du das alles gespielt? So viele Videos, Monatsrückschau. Das ist ja schon verrückt, was du alles machst. Ja, das ist auch ein bisschen der Situation geschuldet. Gerade vom Hintergrund, dass meine Frau krank ist, spielen wir relativ oft. Ich spiele sehr viel in unterschiedlichen Kreisen. Mal mehr, mal weniger. Zuletzt im Freundeskreis ein bisschen weniger. Dafür mehr mit der Familie, wie die Zeit ist. Aber das zu beziffern, wie jetzt mein Tagesablauf aussieht. Naja gut, ich arbeite. Ich habe es ja am Anfang angesprochen. Aber wenn ich was lese, lese ich quasi eine Anleitung. Und Fernsehschau, naja, wenn überhaupt Fußball. Oder wir gehen ins Stadion. Und dadurch haben wir einfach sehr viele Möglichkeiten. Ich bin teilweise auch bei vielen Messen, weil es einfach die zeitliche Möglichkeit lässt. Und da spiele ich auch sehr viel bei diversen Events. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und dadurch habe ich auch die Möglichkeit, euch sehr viel zu zeigen. Und wir spielen regelmäßig. Die Kinder haben auch gewisse Wünsche, wo sie äußern. Zum Beispiel jetzt demnächst auch Destinies. Die Erweiterung habe ich damals in der Schmiede unterstützt. Auch da will mein Sohn wieder von vorne beginnen, weil wir haben schon die einen oder anderen Kapitel abgeschlossen. Aber so ein Abenteuerspiel, ich glaube, das habe ich euch auch schon vorgestellt, mit Destinies, mit App-Unterstützung richtig gut gemacht. Also definitiv gut gemacht, in die Geschichte einzutauchen. Da wollen wir jetzt auch wieder die Tage einsteigen. Und ja, oftmals sage ich immer, die Kinder, ich lege was auf den Tisch. Die Kinder legen was auf den Tisch. Und da haben wir schon mal drei Spiele. Und da haben wir schon mal drei Spiele, die wir spielen. Teilweise sind es immer auch wieder neuere Spiele dabei. Und dadurch kommen wir auf eine gewisse hohe Spielzeit, wenn dann Freunde noch dabei sind. Ich kann ja hier aus dem Vollen schöpfen. Da findet man immer wieder das passende Spiel. Auch für diejenigen, die von den Freunden meiner Kinder nicht so oft spielen. Tja, es wird ein langes Video. Aber ich glaube, je nachdem, alles mit Zeitmarker versehen, dann könnt ihr zur jeweiligen Position dann springen. Ja, wie sieht es aus mit Kontakt anderer Blogger, anderer YouTuber? Und wie ist da der Kontakt, der Austausch? Also generell sehe ich auch die Kolleginnen und Kollegen auf diversen Messen, ganz klar. Was ich allerdings jetzt weniger mache, ist ein gewisser Austausch, dass ich mich blenden lasse von anderen Videos. Weil das kann wiederum meine Meinung ganz klar beeinflussen. Ich mache mir lieber selber ein Bild von einem Spiel. Und wenn ich da andere Videos reinpicke oder da einen Vorschau bekomme, sage, das will ich ja die Tage spielen und sehe das eine oder andere, lässt man sich gerne von einer Meinung blenden. Ich schaue lieber gern im Nachkommen bei dem einen oder anderen rein. Wobei, ich spiele ja schon so viel und ich habe eh schon so viele Hobbys. Neben diesem Spielen, das denkt man kaum, Beruf ist ganz klar auch eine große Rolle. Da bleibt einfach wenig Zeit. Oftmals trifft man oder sieht man die Kolleginnen und Kollegen auf Messen. Das ist ganz klar auch schon ein Thema. Aber dass ich jetzt da über andere Kanäle oder an anderen Kanälen zu sehen bin, das habe ich in der Vergangenheit ab und an gemacht. Aber das ist einfach ein zeitliches Thema. Das wissen viele, viele Fragen auch oftmals an. Liebe Grüße an alle, die jetzt hier auch dieses Video schauen. Aber das ist einfach ein bisschen dem zeitlichen Faktor geschuldet. Und wo sagt man ja und wo sagt man nein? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei dem oder bei derjenigen macht man mit, bei anderen macht man nicht mit. Tja, das ist eine Frage der Konsequenz. Und da bin ich teilweise auch sehr konsequent, aber jetzt nicht im negativen Sinn, sondern muss man einfach schauen, wo die eigene Zeit dann auch bleibt. Das zu dem Punkt. Ja, oftmals trauen sich viele von euch auch nicht, bin ich beim nächsten Punkt, mich vielleicht irgendwie anzusprechen, uns anzusprechen, meine Frau anzusprechen. Macht das durchaus, gar kein Problem. Also gerade zuletzt auf der BerlinCon, ich habe es auch erwähnt, auch wenn ich jetzt da stehe mit der Kamera oder jetzt vertieft bin in einem Spiel und denke, wo mache ich meine nächsten Züge. Und viele haben es, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, einfach ansprechen. Das hat auch prima funktioniert. Und demnächst sind wir auch auf der GamesCon. Tja, wieder die nächste Messe. Aber diese Messe hat sich mein Sohn gewünscht, weil da wollte er auch unbedingt mal hin. Da gibt es ja auch Brettspiele. Aber da gibt es auch ganz andere Spiele, ganz klar. Und da tauche ich auch mal ein in diese Welt. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja auch von euch. Und da könnt ihr mich definitiv auch ansprechen, wenn es darum geht, ein Foto zu machen, eine Unterschrift oder sonstiges. Also einfach ansprechen. Also wie gesagt, es stellt überhaupt kein Problem dann dar. Und das nutzen auch zuletzt einige von euch. Ja, weil ich auch oftmals gefragt werde, was sind eigentlich meine Lieblingsfarben? Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Ich habe ja oftmals früher mit der Farbe Blau Lieblingsfarbe oder Farbe Blau gespielt. Resultiert vielleicht auch ein bisschen aus dem Fußball. Aber das war auch eine Zeit, wo ich meistens Blau genommen habe. Meine Frau, die Silke spielt mit Gelb. Die Kinder auch teilweise mit Hellblau und Rot. Also unterschiedliche Farben. Aber ich war damals auch, oder mit meiner Frau Silke, war ich auf Meisterschaften unterwegs, Kakason-Meisterschaften. Und da habe ich eh immer Blau gehabt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, meine Frau ist sogar ins Halbfinale gekommen. Aber ich habe meine Farbe eh immer Blau gehabt. Eh immer Blau. Nächste Runde wieder Blau. Kakason, nächste Runde wieder Blau. Und plötzlich war ich, ich habe es noch genau im Kopf, wirklich sehr weit gekommen in dem Turnier. Und dann musste ich eine andere Farbe spielen. Und da war ich total verwirrt. Weil ich mich nur auf diese Farbe Blau konzentriert habe. Dabei hatte ich ja eine ganz andere Farbe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, jetzt ist aber Schluss mit der Lieblingsfarbe. Gerade wenn man auch solche Turniere spielt, da muss man mit unterschiedlichen Farben auch spielen können. Und deswegen ist es eher weniger. Klar, wenn jetzt die eine oder andere Farbe da ist, je nachdem Blau, dann nehme ich die. Aber ansonsten spiele ich mit allen unterschiedlichen Farben. Tja, soviel zur Lieblingsfarbe. Ist ja auch ein wichtiges Thema durchaus für viele. Dass man sagt, also wenn ich mit spiele, ich habe auf jeden Fall die und die Farbe. Und warum gibt es die Farbe nicht? Man versucht ja immer als Verlag auch, die gängigen Farben in ein Spiel zu integrieren. Das zu dem Punkt. Ja, Technik. Oftmals bekomme ich auch Fragen zu Technik. Wie machst du denn du das Ganze? Wie baust du denn die Stativ auf? Und die Kabel und all das hier, um das einzurichten. Tja, das geht recht flott. Weil zur damaligen Zeit, Corona-Zeit, da hatte man ja auch ein bisschen mehr Zeit. Da haben wir noch mehr gespielt, muss man auch mal sagen. Und da habe ich auch gerade in der Zeit viele Videos gemacht, wo die Kids zu sehen sind. Aber mittlerweile ist hier drumherum nichts mehr zu sehen an Kabel auf dem Boden oder Stative. Das Ganze ist mit einem Schienensystem gesteuert. Das ist schon ein bisschen verrückt, was ich damals investiert, was ich gekauft habe. Und zwar sind so vier Stahlträger quasi jetzt hier an der Decke. Die lassen sich verschieben. Und dadurch sind verschiedene Lichtquellen hier auf dem oberen Bereich zu sehen. Das heißt, das ganze Kabelwerk ist oben an der Decke. Und wenn man spielt, dann kann ich alles, das ganzen Kameras, die zwei, drei, vier Kameras, die kann ich dann einfach nach hinten schieben, direkt an die Wand. Und hier oben ist dann komplett frei. Und auf der Seite auch. Das heißt, um zu filmen, muss ich alles nur herschieben. Die Lampen auf der Seite, die Deckekamera, die Seite. Das ist alles fixiert an der Decke. Und dadurch kann ich noch mehr filmen. Ganz klar, aufgrund der Möglichkeit. Und das war wirklich eine sehr lohnenswerte Investition. Man kann hier noch alles verbessern. Ganz klar. Und mit Lichtchen und sonstiges. Und Dekos ist ja auch... Also ich habe das am Anfang mal gemacht und das einfach mal hingestellt. Aber das bin nicht ich. Das ist nicht der Jörg, der die Videos macht. Das muss nicht perfektionistisch sein. Es muss Spaß machen. Es sollte eine Quillisqualität sein. Aber man kann alles verbessern. Aber dass ich da jetzt noch Deko-Elemente entweite, machen viele. Das ist bei YouTubern sehr beliebt. Das kommt auch gut an. Auch das Licht. Aber ich belasse es erst mal bei diesem Punkt. Und ich muss ja auch nicht immer alles machen, was andere machen. Da merkt ihr auch, ich gehe meinen eigenen Weg nach wie vor. Und ich mache das, auf was ich Spaß habe. Und deswegen auch wieder so ein Video, um euch ein bisschen ausführlich zu informieren. Das zu dem Punkt. Ja, oftmals auch die Frage, was ist denn mit Unterstützung? Ganz klar, viele unterstützen mich. Die meisten übrigens per Dauerauftrag. Ja, das habe ich damals auch umgestellt. Ich habe viele angefragt von euch, die mich auf Patreon, auf Steady und auf unterschiedliche Art und Weise Paypal etc. unterstützen. Viele von denen habe ich, oder viele von euch, so muss ich auch sagen, habe ich damals angeschrieben. Und viele haben auch damals umgestellt auf einen Dauerauftrag. Auch das, ganz klar, wird alles versteuert, muss alles angegeben werden. Aber es ist die einfachste Art und Weise. Und das ist die beste Möglichkeit, dass man quasi das volle Pons, Pensum an Beträgen dann auch bekommt. Dadurch, oder aufgrund der Beträge, gibt es unterschiedliche Bonuslevel. Viele freuen sich, aufgrund der Tasse, wenn jetzt der eine oder andere zuschaut, der die Mails, die Erinnerungsmail, jetzt von mir noch nicht gesehen, gelesen hat. Ich verschicke da auch jährlich oder übergebe teilweise auch größere Pakete an die Unterstützer. Die freuen sich meistens über die Spiele. Und da packe ich dann teilweise mal mehr, mal weniger rein, mal größere Expertenspiele, je nach Wunsch und Vorliebe. Aber wie gesagt, findet ihr auch alles unten in der Beschreibung. Gegebenenfalls schreibt mich an. Viele unterstützen mich und dadurch gab es auch die Möglichkeit, die eine oder andere neue Kamera anzuschaffen. DJI Osmo beispielsweise, die ich zuletzt auch auf Messen genutzt habe, weil ich wollte auch da euch einen Blick oder mehr geben, was die Messen angeht. Auf der BerlinCon beispielsweise, da habe ich sehr viel gefilmt. Und ich glaube, das passt. Das eine oder andere kann man noch verfeinern, auch was den Ton angeht. Habe mir ja solche Richtmikrofone dann auch angeschafft, gekauft. Und dank eurer Gelder ist das jetzt auch eine Entscheidung, wo ich nicht lange überlegen muss, weil dadurch kann ich euch quasi eine andere Qualität bieten. Früher, wie gesagt, mit Kamera, mit Stativ, alles in der Hand und mittlerweile mit so einer Kamera. Das ist super einfach und gerade wenn man mal schnell was filmen muss, dann muss ich da nichts aufbauen, zack, Kamera raus und dann geht es auch schon los. Nutzen übrigens ja auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen und ist ja auch eine wirklich tolle Kamera. Klar, eine Investition wert, aber dank eurer Unterstützung ist das auch möglich. Also an dieser Stelle muss man immer wieder sagen, ein großes Dankeschön. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Punkt ist auch und dann bin ich quasi auch schon wieder auf dem Weg, was Unterstützung angeht beziehungsweise live angeht. Früher, das liegt schon eine Weile her, da habe ich auch oftmals das eine oder andere Live-Video gemacht. Teilweise auch mit dem Stefan Feld, unterstützt mit dem Thomas, weil gerade bei Technik ist er noch mehr der Experte, wenn es um Live-Übertragung geht. Das war super, das hat euch prima gefallen, stellt aber auch einen gewissen Aufwand dar. Gerade wenn ich, und das wisst ihr, beruflich aktiv bin, mit zwei Kids, mit meiner Frau, mit gesundheitlichen Themen, mit vielen weiteren Hobbys, das muss zeitlich einfach passen. Und sich da irgendwelche Zeitfenster rauszunehmen und absolut Ruhe zu haben, das ist ja auch wieder ein Thema, wo einfach geplant werden muss, das ist eine Herausforderung, aber eine Verpflichtung ist es nicht. Und deswegen gab es auch schon lang nicht mehr das eine oder andere Live-Video, die kann man übrigens noch abrufen, die sind auch auf dem Kanal hinterlegt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber da muss man einfach schauen. Der Gedanke ist eher, um das nochmal zu wiederholen, das eine oder andere Teams-Event zu machen, gerade mit den Unterstützern, dass man einfach mal online aktiv ist, aber jetzt nicht als Live-Sequenz, weil gerade in so einer Teams-Sitzung oder ähnlichem Format, da habe ich auch die Möglichkeit, wenn die Kids was wollen oder irgendwas ist und was ansteht, da kann ich auch kurz mal unterbrechen. Und das live, also wenn, dann ziehe ich das komplett durch, aber gerade wenn man so eine Teams-Sitzung hat, dann kann man auch mal kurz unterbrechen, wenn irgendwas ist. Aber da schaue ich mal und da halte ich euch beziehungsweise insbesondere die Unterstützer dann auf dem Laufenden. Das zu den ganzen Fragen. Zehn, nein, elf Fragen sind es mittlerweile auf dem Zettel und das sind die Fragen, die ich oft von euch gestellt bekomme. Fehlt irgendwas mit Sicherheit? Der eine oder andere ist ja schon ganz lange dabei, ihr dürft es gerne kommentieren, aber wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, viele schreiben mich dann auch per Mail an, viele trauen sich nicht, den Kommentar zu schreiben, viele ist auch gar kein Problem, viele schauen oftmals, nur zuletzt gab es immer wieder neue Kommentare oder wo es auch hieß, das ist wirklich der erste Kommentar, den ich in einem YouTube-Video drunter setze. Ich habe alles im Blick und es bleibt eine gewisse Harmonie ja auch da. Es ist wichtig, gerade in der heutigen, doch sehr verrückten, schnelllebigen Zeit und gerade was die Kommentare angeht, da freue ich mich immer auf Kommentare von euch und wie gesagt, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, ich konnte jetzt einige der oft gestellten Fragen beantworten, für den einen oder anderen zu wenig, zu kurz, zu lang. Wie gesagt, man kann es nie allen recht machen, das will ich auch nicht. Das soll Spaß machen, spielen soll Spaß machen und ich hoffe, ihr taucht auch zukünftig ein in die Welt der Spiele, weil es gibt weiterhin sehr viel zu entdecken. Ja, damit beschließe ich das ganze Kapitel. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Es ist eine gute Zeit, nutzt es je nach Jahreszeit. Wir sind auch immer mal wieder den einen oder anderen Tag unterwegs, wenn es Sonne zulässt. Es ist ja sehr abwechslungsreiches Wetter. Aber ansonsten, danke, macht es gut und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.